Die neuen Stimmen mache ich jetzt über 32 Jahre und der findet statt alle zwei Jahre und der Meisterkurs liegt immer dazwischen. Also, dass wir das Thema Musik jährlich haben, das finde ich wichtig für die jungen Sänger und Sängerinnen, das sind junge Menschen aus der ganzen Welt, die beim Vorsingen entdeckt werden oder sich auch melden zu dem Meisterkurs. Der dauert eine Woche und die jungen Menschen lernen sich erst hier vor Ort kennen. Also, was wichtig ist, Präsenz auf der Bühne und natürlich auch eigenes Marketing müssen sie lernen. Sie müssen sehr viel Disziplin, es ist ein Beruf und Langstreckenlauf, die Ausbildung dauert vier bis sechs Jahre und sie müssen sehr flexibel sein. In vielen verschiedenen Ländern und Kulturen müssen sie später arbeiten. Oft stehen sie allein auf der Bühne, kommen als Fremde in einer Stadt an und müssen Sprachen beherrschen. Die deutsche Sprache ist die Opernsprache, aber auch natürlich Italienisch und Englisch, um sich verstehen zu können in der Welt. Ich glaube, das bedauern wir alle, aber auch in allen Bereichen unseres Lebens und nicht nur jetzt bei der Musik. Wir lernen aber auch mit anderen Techniken umzugehen und wie man sich auch finden kann, ohne präsent zu sein. Und diese Gelegenheit, habe ich gesagt, nutzen wir mal auch für den Meisterkurs, dass die Menschen sich per Video kennenlernen können aus allen Teilen der Welt. Unsere Welt ist eine andere geworden, aber nicht nur jetzt durch Corona, sondern auch schon vorher durch die Globalisierung, die wir auch international mehr und mehr erleben können, aber auch müssen. Wir haben Lehrer und Experten, die diesen Meisterkurs führen. Und es ist für die jungen Menschen ein Sprung nach vorne, wie sie später ihre Stimme nutzen können und wie sie die Stimme weiterentwickeln können. Aber ganz wichtig auch ist für mich die Persönlichkeitsentwicklung, die in diesen Lebensjahren ja stattfinden muss. Einmal, dass sie viel Freude haben, dass sie Geborgenheit und Gemeinschaft kennenlernen, neue Freunde kennenlernen, dass sie das Gefühl haben, ein sinnererfülltes Studium zu machen, eine sinnererfüllte Ausbildung zu machen. Und später von dieser Ausbildung, von ihrem Können, dass sie davon leben können, dass sie sich da von einem Lebensstandard auch erlauben können, den sie sich vielleicht mal erträumt haben und dass sie mit dem Gefühl zurückgehen, ich habe den richtigen Beruf gewählt für mich. Einmal positiv denken, das beflügelt und auch sagen, ich kann es und noch mehr, ich will es. Und ohne dem, glaube ich, in keinem Beruf kommen sie oben an die Spitze, wenn sie nicht sehr hart an sich arbeiten, aber auch mit Freude ihre Arbeit machen und gerade in der Kunst, Gesangskunst, gehört Freude bestimmt dazu. Wir leben in einer zerrissenen Welt und Musik ist die einzigste Sprache der Welt, die alle Menschen verstehen, aber noch mehr, sie fühlen es. Wir leben in einer zerrissenen Welt.